Der Moment, in dem ich den Fall nehme, wenn ich so etwas von Wochenende, wenn ich so etwas von Partytime, da sind mir alles anders im Scheiss dran. Das ist eine Droge, die absolut eins zu hässlich bei dir und bei Gesellschaft hineinpasst, so wie sie ist. Du musst cooler sein, besser sein, cleverer sein als der andere. Ja, jetzt stell dir vor, in wie vielen Jobs gut zu tatsen, ist genau das gefragt. Paff! Weisst du, Stuntman-Jobs auf die Schnur fliegen als gelohnt und Kokain und was dir das passt. Ich war so treibend, weil ich ihm das nächste hatte. Ich hatte so ein Ohrbedürfnis von Säften, von... Jeder nimmt das Kopferstutz und das kannst du überall kaufen, muss ich ehrlich sagen. Es kann ja fangen, auch für die Frauen, alle Weile. Aber es ist ja nicht das Zentrum dieser Welt. Und wenn es zum Zentrum wird, wird es ja auch am Schluss zum Drama. Das ist ja auch ein Ohrbedürfnis von Säften. Einprozess. Untertitelung des ZDF, 2020